Ohohoho! Oh mein Gott, deine Hände! So Leute und Willkommen zu einem weiteren Part von Yoshis Woody Birds! Wir sind hier stehen geblieben in der Wüstenwelt und wir machen jetzt mit einem Furz weiter hier bei 2.5. Ja, meine Freunde, ihr müsst wissen, Mandy, die Furz ganz gern vor der Aufnahme. Das ist deine Hände! Das hast du noch krass gemacht! Was? Ich? Ich würde sowas nie tun, ich bin ein knuffiger, blauer Yoshi! Das bin ich! Ja, okay, komm, drück starten, wir wollen starten! Oh, Idiot! Idiot? Was? Was kann ich dafür, wenn du Boden isst? Der lügt, fahrt nicht auf ihn! Was? Du lügst! Ich lüge nicht! Leute, lüge ich! Schreibt in die Kommentare! Ja, doch, heute schon! Schäm dich! Ich hab ne Idee! Einer schreibt in die Kommentare, äh, Zero hat recht! Oder andere schreibt, Mandy hat recht! Und dann gebt ihr einfach einen Daumen hoch dafür! Oder ihr schreibt selber in die Kommentare! Genau, ihr schreibt einfach alle selber in die Kommentare! Die sind alle für mich! Am Ende hat gar keiner gewusst! Es war sein Vater! Der kam kurz in die Kommentare rein! Hallo Leute! Oh, bis zum nächsten Mal! Bin ich wiederkommen ohne euch anfuhrt! Ah, mein Vater! Boah, Knäuel! Es ist wieder weiß! Sieht aus wie so'n Tampon! Wir sammeln jetzt Tampons ein! So'n Tampon, ey! Die roten Tampons sammle ich bitte nicht ein! Ich glaub, das sind Geister! Die sind böse! Das ist ein Fisch! Wo bist du? Das ist Fische? Wie sehen wir die... Oh! Hast du die Ultra-Kombo gesehen? Nein! Ich habe Wolle hier gegengeschossen, die ist hier gegengeprallt und hat diesen Hampelmann da unten voll getroffen! Oha! Denkst du mein Herz? Ja, da unten! Wolltest du... Danke, Schatz! Oh, wie süß von dir! Danke! Dieses Herz hab ich... Nein, da oben ist ein Secret! Und da sind deine Fische, die fliegen können! Fliegen! Hier oben ist ein Secret! Hast du das hin? Ja! Natürlich! Wer pupsen kann auch das? Ey! Das warst du! Schaut auf, das sind Fische! Ich glaub, wir müssen auch die Fische rausschaffen! So, weißt du? Ja! Ich hab's denn gekriegt! Oh mein Gott! Die Fische des Todes! Achso, da kann man gar nicht rauf! Man fällt einfach runter! Wieder Fisch! Hast du die Fische? Ich hab gedacht, du magst das sehen! Ne, die sind scheiße! Guck mal, man kann den ärgern! Der schwitzt dann wohl! Der schwitzt dann einmal, du kleiner Spucke! Oh, ich hab ihn eingeklemmt! Ich möcht' die vorrücken! Das ist ein gelber Zampo! Wups! Er hat Angst! Er hat keine Angst! Das ist ein Mann! Er hat Angst! Oh! 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 Ich wollte eigentlich eine Arschbombe machen! Das hört nicht so sekret aus! Warte mal! Warte mal! Haben wir die Münzen eigentlich zusammen, wenn die da waren? Oh! Oh! Was ist das? Ja! Ups! Warte, ich mach's vernünftig! Die Münzen meinte ich eigentlich nicht! Ich meinte eigentlich die Münzen, die... Ja, haben wir eine! Das waren die hier, oder? Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Das war der Anfang gewesen, ja, ne? Ja! Dann haben wir alles! Auf jeden Fall haben wir noch was gefunden! Sag nicht, das war doof! Ich weiß zwar nicht, was die Münzen bringt! Das ist natürlich das Unnötigste! Okay! Wooi! Wooi! Ah, das ist Deiner! Oh my god! Der hat sogar WoW gemacht! Ey, WoWi! Ey! Toller Hund! Komm ich ja, ich komm da allein wo ich noch drauf! Er hat sogar Wofo gesagt! Ey, Wofo, komm her! Der macht die ganze Zeit Wofo! Komm her! Ist das witzig? Wunder! Hol die hin! Fluffy! Fluffy! Heißt der Fluffy jetzt? Fluffy find ich cool! Ja, Fluffy ist wohl! Ist der nicht so von Harry Potter auch? Achso, Fluffy ist zu doof! Wir müssen jetzt das hier machen! Jetzt kommt Fluffy hoch! Fluffy, los! Nein, warte! Du hörst Fluffy hinterher, Mann! Oder? Genau, nur Fluffy kann das holen! Nein, ich kann das holen! Nein, Fluffy muss das holen! Weg da! Nur mit deinem Dicken hinterpasst doch nicht du! Spring auf, Fluffy rauf und komm her! Anders funktioniert das nicht! Du kommst doch so nicht hoch! So, jetzt muss Fluffy hier laufen! Und Fluffy holt die Wolle jetzt! Spring hoch! Komm her, Fluffy! Spring! Wollen wir machen das so? Ja! Danke schön, voll süß! Er hat amputiert! Jetzt muss ich glaube ich hier lang laufen noch! Da oben? Das kriegt ja glaube ich nicht mehr hin, ne? Was ist das? Das kriegt ja nicht mehr hin, der ist zu dick! Oh mein Gott! Warte mal! Ich schieß dich! Ich schieß dich mal da durch! Das geht eben besser nicht durch! Warte mal! Wir kriegen das hin! Wir kriegen das hin! I got this! I got this! Und was sag das? Oh! I got this? Du bist für mich! Du hast da ehrlich nicht durch! Klafi! Hälter! 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 Ich muss hin! Nein! Das geht nicht! Das hätten wir vormachen müssen! Ne, das geht nicht! Das wussten wir nicht! Das tut! Da kann man die ganze Zerstörnigen! Dann fehlt uns halt eine Blume! Wichtig es ist ein Edi Boy Knoels! Wichtig ist ein Edi Boy Knoels! Ja! Komm her, Fluffy. Schöpst uns vor den bösen Fischen. Spring hoch! Ach, kann doch nicht. Er ist so groß. Oh, du? Das ist schon kopfgeatzen bei der, ey. Der muss hier unten langlaufen. Wir laufen hier oben lang. Wow. Da wird irgendwas freigeschaltet. Was? Warum stimmt der denn nicht? Weil Fluffy Fluffy ist. Der ist überheftig. Fällt's unter, ne? Oh, ich kann doch Fluffy rauf. Dann können wir weiterlaufen. Tut mir leid, Fluffy läuft. Oh, Junge! Ach so, ich kann nicht so laufen. Nein! Fluffy, andere Richtung! Andere Richtung, Fluffy! Fluffy, komm, Vollgas! Ich treffe, ich treffe, ich treffe, ich treffe, ich treffe, ich treffe, ich treffe! Ich treffe! Yeah! Yeah! Du, 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 du! Jetzt kannst du hochjumpen. Jetzt kommt, warte ich auf dich. Ist dir irgendwas noch? Nee. Tschüss, Fluffy! Oh, kommt das nicht mehr? Der ist zu dick. Er kommt nicht hoch. Aber er kommt sehr hochgesprungen, ne? Ah, Fluffy ist cool, oder? Ja. Ja. Ne? 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 Ja, das habe ich gefressen, das Ding. Sie kommen wieder, keine Frage, an diese Münze lebt ich gerne, ohne zu sterben, das machen wir halt ganz cool. Das war nicht geplant. Aber es war cool. Komm jetzt runter! Schatz, ich hatte dich! Ja, genau so. Danke! Mann! Ja, ich bin ein Mann. Frag sich manchmal auch, ne? Ein echter Gentleman stoßt seine Frau irgendwann in die Grube mit Stacheln. Komm noch hoch. Wenn ich wieder hoch. Na, wu-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Was? Was ist geschehen? Warte! Warte! Hallo? Jetzt weißt du mal wie das ist! Ja was tust du denn? Auf die Starte! Wir müssen hier drauf gehen. War das gut? Dieses Fahrstuhl. Bitte, ich will in die Situation, das muss ich nicht wollen. Du links, ich rechts. Das ist rechts. Mensch, jährlich! Weiß, meiß, meiß, es geht, weiß es geht. Weiß es geht, weiß es geht, weiß es geht, weiß es geht. Ja schmolle. Ja schmolle nicht! Echte Verlierer Weiden nicht. Sie schmolle. Da ist ein Kaktus! Oh,an Laketo! diesen böses weißt du aber wir können einfach auflassen dann haben wir das nix aber ich bin gestorben der welt das weiß ich nicht nur nachgucken wird sie dann haben haben wir erst 11 minuten war immer extrem sicher dass elf minuten erst es ging schnell ok dann haben wir noch mehr viel zeit ja ok versucht doch mal da ist dann gerade irgendwas mit dem lakitu heini damals in anna maria spielen kommt man die lakitu wolke so benutzen oh mein gott wir können ein trick anstecker das heißt wir können immer so holen glaube ich und die sache es ist hundi joshii den möchte ich dann sein Es ist Schnuffel-Yoshi! Das ist der Hund! So heißt der! Der Hund heißt wirklich Schnuffel. Ja, aber wir haben ihn... Fluffy. Das ist ein Vulkan. Willst du Schnuffel-Yoshi sein? Ja. Dann will ich der Yoshi jetzt hier sein. Den find ich auch cool. Der Aschi-Yoshi. Gehen wir hier in den Vulkan noch rein? Ja. Und let's go! Ja, Mann. Feuriger Block-Volkan. Guck mal, der Ding steht da. Okay. Heiße Sache. Die Musik ist ja mal... ...heftig! Passt du gar nichts zum Game. So alles so voll süß und... Badminton ist ein Secret, warte ganz kurz. Das sieht man, ne? Das ist eine Wolkenkrone. Erste Blume! Hoffentlich schmilzt sie nicht im Vulkan. Komm her, meine Gefährte. Wir gehen jetzt hier auf Abenteuer-Tour. Im Vulkan! Bin ich das oder bist du das? Oh, ich bin schwarz. Der Wigger-Wigger-Yoshi. So, Wigger-Wigger. So, bist du da oben. Oh, was ist das? Monobraue greift an! Ha! Weg mit dir, Monobraue! Du hast keine... Oh, mein Gott. Ich werde nicht flassen. Das ist ein bisschen böse. Meinst du eine Heavy-Man-Musik? Ja. Wir müssen da oben jetzt noch rein. Ja. Ja. Ich auch. Beide so richtig. Wo läuft ihr im Stecker? Geh weg! Oh! Nicht du. Deine Monopower. Ich glaub, gibt's ja nicht. Komm doch was. Meinst du, das war's? Alles, was man da kriegen kann? Ist da so ziemlich so... Weißt du, ich hab gedacht, er beschützt irgendwas. Ah, jetzt bin ich gestorben, warte. Warte. Wo oben gibt's noch ein Geräuschknall. So. Willst du das machen? Ja. Ja. Das ist herzlich. Ja. Digga. Okay, wir lassen es einfach mal so stehen jetzt, okay? Ja. Wo, 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 wo! Wo, 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 wo! Oh! 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 Ich bin gestorben! Ich bin gestorben, Mann! Ja! Oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh! Was für Sprach haben wir grade hier. Oh! Bitte schalten Sie auf Deutsch um. Wenn Sie auf Deutsch weiter gucken wollen... Oh! Oh! Oh mein Gott! Hilfe! F***ing Feuer! Es ist heiß! Und oben ist ein Sekret da unten, da unten, da unten, da unten, aber es wird ziemlich heiser und deswegen mache ich... Ich mache das, Schatz. Ich hab... Oh! Nur das zweite. Zweites? Zweites. Easy! Weiter geht's! In die Heize La 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 Oh Baby Oh Achso, dann spuckst du mich über der Gegend Alles klar, okay Ich hab getroffen Ich hab getroffen Ein Hoch auf das schwarze Wolk Neul des Todes, alles klar Andere fliegen drüber Sprichst du einfach durch Lass mich jetzt Kugel gelöst Oh Okay, das war nur Schnell gelöst Ich mach's mal Ich wusste, dass das war Ich hab's geahnt Eigentlich sind tausende Menschen, wo man einfach rüber laufen kann Ach Ein riesen Bleistift Ein riesen Bleistift Ein sehr scharfer Bleistift Okay, das ist geil, oder? Geil schwer, ne? Wow Das war knapp Verpasst einem in den Kopf darstellen Okay Rollig, rollig Ah, da, da, da! Oh mein Gott! Chill Du bist glaube ich gleich tot Wolkneul Das Todesall Ich bin jetzt tot Okay, ich pass auf Ah, schluck Ah, schluck Ah, schluck Ich hab's gesehen Ah Ein Sticker? Nur ein Sticker! Nur ein Sticker! Ich hab's geschafft Stich! Oh, ich hab dich fraggeschossen Kein Ding, das wollte ich Herzi ist für den Besten Äh, für die Beste Okay, wir müssen jetzt hier aufpassen Was geht jetzt ab? Ist auch Zeit! 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 Oh, das haben wir mit Mumbe bekommen Gut, wir haben's Wir haben aber keine Mumbe vergessen Das ist nice Wir laufen! Äh, es läuft! Äh, ja, es läuft Ist gut! Herzi ist für dich! Okay, einzumlechtweilig Ich bin nie Die Diamanten da! Oh, was ist das eigentlich? Ich bin nicht mehr Grünen muss Das ist wie Rote Bete Pass auf, ja, Schmoppel Yoshi Schlöpfl, Yoshi Schon verbrannt Pass auf Da bin ich Nein! Nein, 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 nein Siehst du das unten? Das ist ein Sekret Sekret Hunter! Oh Ist nicht so ganz funktiert, das Sekret Ich mach das Hey, ich bin der Mann. Oh, okay. So, Schnuffel-Nuffel-Loch-Schi! Wohoho! Wie witzig, dass du mich drauf wolltest. Oh Mann, oh. Ach, scheiße. Ach so, da kann man sprengen. Easy! Wuh! Wuh! Oh, man sollte nicht gegen die Spannflamm springen. Echt? Nein. Das Böse. Man stirbt dadurch, glaub ich, ein bisschen. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ja. Boah, Digga, tschüss! Weiter geht's! Kommt es wieder Mono-Braun-Joe? Sollte ich mitnehmen, oder? Renn um euer Leben! Mono-Braun-Joe ist in Haus! Oh mein Gott, da kommt Feuer. Wo ist Mono-Braun-Joe eigentlich? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ja, nee. Das ist klar, Mono-Braun-Joe. Helft mir irgendwie! Da ist die Münzen! Komm uns rein! Füß und Hund, ey! Nein, 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 nein! Ja, nein! 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 Wir sind beide tot. Ah! Wir haben einen Secret-Point. Safe-Point. Okay, nochmal, beide rennen. Beide rennen. Go! Mono-Braun-Joe hat no chance in hell! Didi, du, 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 du! Du, 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 du du! Du, 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 du! Du, 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 du. Ich hab die ganz auf deinen Kopf! Okay, okay! Okay, wir haben das Ding eingesammelt. Wir brauchen noch die Münzen. Dann kommt noch irgendwas Dobby. Okay wir alle Münze. Und jetzt, weiter! Ohne Bonjo ist auf den Fersen! Oder auf der Augenbraue. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das kriegen wir so nicht mehr. Das kriegen wir nicht so. Nein, wir können doch nicht einfach durchspringen. Du lebst doch. Renn. Renn für dein Leben. Renn für dein Leben. Nein. Renn nicht so. Ich komme. Ich fliege. Ich fliege. Ich lebe. Wohin, du einfach durch. Okay, ich hab's. Okay, ich hab's. Renn für dein Leben, du schwarzer Yoshi. Oh my god. Komme ich denn so wieder rauf? Ja, los. Aber wir machen einfach den hier. Und dann machen wir nachher einfach unseren Trick. Ey. Den man ich eigentlich nicht. Warte. Machen wir nachher. Und dann machen wir uns das Ding. Lass gehen. Der ist ja auch unbesichtbar. Jetzt machen wir uns das Ding einfach so. Dann los. Oh. Oh. Los. Ich springe da jetzt rauf. Warte. Ich schub sie nach oben. Ich schmeiß sie nach oben. Mütze brauchen wir doch aber, ne? Nein, brauchen wir nicht. Doch, doch. Wir brauchen die Mütze. Oder? Haben wir alles? Ja, haben wir alles. Ja, dann wirklich alles. Ja, dann komm. Ich glaube, das war eine hyperaktiveste Part, den wir hatten. Ja. Ach, du heilige Scheiße. Wir sind gut in der Zeit. 20 Minuten. Heilige Kacke. Bonus Game. Und das auch noch. Haben wir verdient, ey. Ja. Boah, verdammt, ey. Alles. Eines. Und wir da 5,5, das heißt 10, das heißt 11, das heißt halb so gut. Halb so gut. Bonus Game, okay? Bist du bereit für Früchte? Ja. Wenn ich jetzt gewinne, dann musst du mir nachher ein Crêpe ausgeben. Okay. Wenn du gewinnst, gib ich dir ein Crêpe aus. Okay. Was gibt mir Punkte? Was gibt mir Punkte? Ich will ein Crêpe. Leute, ihr müsst wissen, wir fangen gleich zum Melonenmarkt. Ja. Melonenmarkt. Und da fahren wir Karussell und schon ein bisschen Kressen. Nein, nein. Okay. Jetzt wird's gespannt. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Oh, der hat er gewonnen. Da zieht sie wieder, eine kleine Schnute. Oh mein, oh. Oh mein, oh. Hatte ich Hunger auf Crêpe? Ja. Oh, wir teilen uns den. Alles klar, Freunde. Wir gucken uns auf den Yoshi an. Er will immer wieder. Also, wirklich. Und sagst du, was ist für einer? Ich sag, diesmal Kettner. Oder Lava Yoshi. Der ist einfach nur schwarz. Der ist grau. Vulkan Yoshi. Ich hatte jetzt, ja, okay. Lava, Vulkan, ist in Ordnung. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Nächste Level ist Pyramiden. Die Level werden immer cooler, finde ich. Vulkan, Pyramide, Volke, schick, schick. Ja und so, ne? Alles klar, Leute. Das war's für heute, die paar von Yoshis Bully World. Wenn der Part gewinnt hat, drückt den Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ähm, ja. Hallo. In die Kommentare, ob ihr solche hyperaktiven Parts auch mögt. Weil das war ja wirklich mal Kopf an Kopf rein jetzt. Ja. Und ja, Leute. Haut rein. Wir hauen uns einen Crêpe rein. Tschüss. Tödelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Was ist das?